Willkommen Magier an der neuen Grenze. Willkommen in Valenir. Vergiss alles, was du über Magie weißt, denn hier ist alles anders. In Valenir, wo die Elemente ständig im Fluss sind, wirst du Zeuge des Unmöglichen. Wasser, das sich zu Erde verhärtet, die sich in Blitze und Feuer verwandelt, die sich in die Leere verwandeln, nur um wieder zu Wasser zu werden. Die alten Zauber sind hier nutzlos, doch wenn du das Chaos der Elemente beherrschst, kannst du alte Sprüche kombinieren, um daraus neue zu schmieden. Also komm Magier und erkunde Valenir. Es gilt Bestien zu erlegen, Wege zu finden und Rätsel zu lösen. Doch wie du sind auch noch viele andere gekommen, um neues Glück zu finden. Sie werden deine Hilfe benötigen, genauso wie du auf ihre angewiesen bist. Hier in Valenir spielt es keine Rolle, wer du warst. Denn wenn selbst die Gesetze der Magie hier neu erschaffen werden können, warum nicht auch du? Werde der größte aller Magier in Mercurial von Grim Spire. Ab sofort in der Spiele-Schmiede. Tag Nummer Ratschcritt Tag Nummer Ratsch Tag Nummer Ratsch